was geht ab und heute ist ein ehrengast dabei und ich lade ihn mal ein hallo und heute spielen wir du schauern ich bin spike einen frank und let's go los geht's so erstmal spawnen wo überhaupt gar keine kisten sind also in der mitte das war es auch wieder komplett vor eingeschissen gegen die penny ja keine chance hat wenn dahinter wenn es bei uns kisten sind dann macht die doppelt so viel schaden ja dann noch eine runde diesmal ist mir kiste da ja bei mir sind noch zwei ok ich komm noch eine hier ist ein kopf scheiße es geht und leo noch von unten ich glaube die sind im team ja ich weiß es ihr habt schon mitbekommen ich habe kein video um 13 uhr gemacht weil ich nicht konnte ich war weg und ja deswegen ist das video hat später gekommen und ja ich hoffe ihr verzeiht mir aber morgen kommt das video wieder um 13 uhr oh mein gott da war ich auch wieder so schnell da es sind immer noch fünf teams und so klar es wird immer kleiner und sind immer noch fünf teams da ja diesmal ist glaubt ein team weg oder ich weiß es nicht ich denke aber nicht endlich ein team sogar zwei teams sind weg oh ich bin tot ich bin tot ich bin tot ja ok ich hab ihn noch verschauen hin zu suchen ja gleich ist das hier ist ein leo noch die ulti war jetzt eigentlich nicht so gut ne eigentlich so nicht wir sind nur noch zu zweitig ich denke aber wir werden zweiter platz anstatt zwei erster aber das könnte sich auch ändern die haben zehn power hübsen echt stark also der leo vor allen dingen der leo das spiel aber ja hatte man kaum eine chance und ja ich liebe meinen bruder mag ich echt gern von der kiste öffnen oh schade also ja er bekommt ja eh keine ich kriege ja eh keine brawler mehr wie wenn ihr neu seid wenn ich es noch nicht wisst ich hab schon alle brawler und ja mir fehlt niemanden mehr ich hab mehrmals schon gespielt und jetzt nehme ich mal den leon ich hab auch schon ich hab alle also mir fehlt nur noch bau und alle mythischen und alle legendären dann habe ich auch ansonsten habe ich auch alle aber das ist ja auch nicht schwierig alle anderen zu bekommen let's go let's go oh das ist gemein aber sie hatten direkt schiss und sind nach oben gegangen nein spaß sie sind einfach in die mitte gegangen haben sich drei klubs geholt aus der mitte ja hier kommt ein rock von oben ich hab ihn schon ich hab ihn schon ich hab ihn schon ich hab ihn schon wo bist du ich komm mal zu dir ich könnte den scheiß ja aber ähm bei mir ist ein cold wo richtig low ist ja ich hab ihn ja bisschen abstauben er checkt einfach nicht dass ich ihn angreif wer dieser cold wo ich ihn angegriffen hatte er hat gar nichts gecheckt ich mach mal kurz unsichtbar dass es nicht mehr hinkommen ja das war dein fehler obwohl es geht ja jetzt bist du tot komm du kriegst den aber komm der ulti verfehlt ne nicht in der kampf hier ist ein frank noch ich weiß hab ich grad eben bemerkt oh mein gott ja das hast du überlebt auf jeden Fall jetzt können wir eigentlich hier bleiben hoffentlich bleiben die ähm Hilfelder bei uns Achtung ich hab sie lass reingehen in die Mitte let's go in der Mitte ist niemand ne glaub nicht Frank ist gespawnt Frank bei mir ich weiß aber in der Mitte ist niemand komm doch in die Mitte ich komm Mama guck mal wir müssen alle in die Mitte wir alle müssen in die Mitte ja warum sag ich eigentlich alle müssen in die Mitte hä da unten hier ist noch mal ne äh scheiß Boxer gut gemacht ja wir haben es gewonnen cool 4 4 1 4 4 4 4 5 5 4 4 6 5 Das ist ein Kro diesmal. Let's go. Nix. Round. So, hier sind halt gerade ein paar Freunde. Ja, meine Mutter ist auch gerade eben da. Mit meiner kleinen Schwester. Dieser Kurt wird auch direkt abstauben. Oder halt nicht abstauben, sondern direkt killen. Wie süßer Barley. Gut gemacht. Nein, ich bin noch tot. Ich hab gerade ganz vergessen. Nein. Schade, vierter Bartschade. Minus zwei. Ich hab minus drei leider bekommen. Noch ne Runde, oder? Äh, ich bin gerade ausgesehen auf Palast. Vielleicht haben wir auch nen anderen Torlanz. Ich nehm jetzt mal... Ich nehm mal Tara. Zwei Kisten. Ja, warte, die kann ich recht schnell öffnen. Warte kurz. Warte, mach nichts. Nix. 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 Außer eine halt. Die andere hat alles zu nahe hinbekommen. Oh, da oben ist auch noch ein Video. Äh, ich meine Kiste. Äh, Video. Hahahaha. Versprochen. Oh, oh. Schau doch. Das ging nicht. Das war die schnellste Runde. Okay, wir haben keine Chance. Ich hab 101. Oh mein Gott. Ja. Dieser Rico hat seine Ulti komplett gefailt grad. Oh mein Gott. Schon wieder 16 habt ihr? Ich hau mal lieber ab. Ich wills mal mal ganz. Mach mal kurz abgänzen. Hand her. Na, das war jetzt dumm. Oh mein Gott. Richtig gut. Das kannst du jetzt noch schaffen. Komm. Er hat 10 Punkten. Das wird schwer, aber komm. Das schaffst du. Ich versuch's. Komm. Ja. Ja. Ja man. Gewonnen. Und wenn ihr mehr Videos von sowas sehen wollt, dann lasst einen Daumen da und abonniert mich und nehmt den Abonnierzeichen, drückt die Glocke und dann bis morgen. Ciao. Ciao.